Vielleicht fehlen 0,1 Prozent, aber die sind im Leben manchmal entscheidend. Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren. Aber wir müssen clever sein. Wir müssen ein Team sein. Alles ist möglich. Die Philosophie ist ganz klar, wir wollen die Zuschauer begeistern in Dortmund. Stopp, stopp, stopp! Alles reinhauen jetzt! Keine Sekunde nachlassen! Keine Sekunde! Ich bin ehrlich, wir haben einfach eine geile Moral und die haben wir gezeigt. Und wie wir dann am Ende gewinnen, ist scheißegal. Hauptsache wir haben gewonnen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020